Jahre lang Mein Freund, verzeih, was denkst du dir dabei? Du darfst mir nie mehr rote Rosen schenken, denn das erinnert mich an unser Glück. Ich muss an tausend Segestunden denken und die Vergangenheit kehrt dann zurück. Doch ich will nicht mehr sehen, was von damals spricht, schenkt es wieder, oh Pfeilchen. Oder auch, vergiss mein Licht, schenkt mir Kakteen oder Orchideen, nur rote Rosen schenkt mir Pfeilchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.